Laminatböden gelten aufgrund ihrer harten und widerstandsfähigen Konstruktion als laut. Aber muss das so sein? Harro hat die Lösung. Mit Harro Silent CT können Sie lautes Trampeln, nervenden Raumschall, Scheppern oder Klappern vergessen. Und außerdem lässt sich der leiseste Laminatboden der Welt auch noch kinderleicht verlegen. Das Ruhegeheimnis liegt auf der Unterseite. Die Harro Innovation Comfort-Hack. Selbstklebende Streifen aus lösemittelfreien synthetischem Kautschuk auf der Dielenunterseite ermöglichen eine vollständige Fixierung auf dem Unterboden. Einfach die Folie abziehen, anlegen und einklicken. Das Ergebnis? Ein wohltuendes Gehgefühl mit der angenehmen Akustik eines vollflächig verklebten Bodens. Harro Silent CT bietet gegenüber Laminatböden mit herkömmlicher Dämmung einen um über 60% reduzierten Raumschall und ist damit der leiseste Laminatboden der Welt. Auch optisch ist er durch die perfekten Holzoptiken von Deutschlands führenden Parkettspezialisten etwas Besonderes. Genießen Sie Ihr Zuhause!